Die Krippen rollt bereits auf die Bahn, vielleicht einige Infos vorab. Denn wenn er fliegt, wird es sehr schwierig, noch Informationen über die Lautsprecher verständlich zu ihm zu bringen. Wie gesagt, J.S. 39 Krippen aus Schweden. Krippen übersetzt übrigens Greif. Das ist mal ein passender Name für ein Kampfflugzeug. Die Flugzeuge, die Sie in der Luft sind, sind von der großen swedischen Manufaktur Saab. Das ist der J.S. 39 Krippen, präsentiert für uns heute wieder von der tschechischen Luftwaffe. Und vielen, vielen Dank an sie, insbesondere an die Nummer 211-Squadron, die Ihnen diese Flugzeuge heute bringen. Ja, diese spezielle Krippen natürlich im Einsatz in der tschechischen Luftwaffe und wird heute von Martins Baczek vorbilden, von der 211. Staffel. Vielen Dank dafür. Die Krippen ist ein rein in Schweden gebautes Flugzeug und wurde als Nachfolger für die Saab Wicken eingeführt. Der erste Flug war 1988 und die Indienstellung 1906. Von links jetzt die Saab J.S. 39 Krippen. Von der leften, 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 die Saab J.S. 39 Krippen. Vielen Dank. 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 ... und passate auf den Sieg und Sieg und Sieg und die 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 Göhne anrufen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Gripen ist eins der kleineren Kampfflugzeuge bei einer Länge von 14,10 m. Sie sehen wirklich eine Strangweite von 8,40 m. Und jetzt schon am Boden. Vielen Dank, Martin Spacek von der 211. Staffel in Tschechien für die Vorführung der Saab JS 39 Kripen. Vielen Dank. Vielen Dank.